Musik Hi, ich bin der Fabian. Ich bin Komponist und Musikproduzent und arbeite hier an der DMP School im Bereich Musikproduktion, Gitarre und Klavier. Ich arbeite schon seit vielen Jahren als Komponist für Film und Fernsehen, schreibe also Musik für Filme, für Theater, für Musicals, produziere meine eigene Musik und arbeite mit vielen Künstlern zusammen. Musik ist für mich Leidenschaft, Freiheit, Lust am Leben und eine Musikproduktion begeistert mich ganz besonders, dass ich meine eigene Musik in die Welt hinaus bringen kann. Außerdem lerne ich über die Musikproduktion zu verstehen, wie ich mit einfachen Tricks Songs auf ein neues Niveau heben kann. Ich finde im 21. Jahrhundert ist es essentiell wichtig, dass ein Musiker seine eigenen Demos produzieren kann. Denn egal ob du Sänger, Pianist oder was auch immer bist, es wird der Moment kommen, wo du deine Musik jemand anderem schicken möchtest. Und da wäre es doch super, wenn du verstehst, wie du ein Mikro aufbaust, wie du deine Musik aufnehmen kannst, wie du sie mischst, masterst, mit ganz einfachen Mitteln ein tolles Produkt erstellen kannst, das du jemand anderem zeigen kannst. All diese Dinge kannst du bei mir im Musikunterricht lernen, deswegen freue ich mich, wenn du jetzt eine kostenlose Probestunde bei mir vereinbarst und ich hoffe, dich dann bald wieder in der DMP-School zu sehen. Mach's gut, ciao! Musik Musik Musik